Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Johnny und weiter geht's mit Call of Duty World at War. Wir gucken uns jetzt noch grad mal das Briefing an und dann laber ich weiter. Die Nieder, um den Weg für unsere Panzer freizumachen. Wenn wir sehen, wo wir es kontrollieren, treten wir unseren Marsch nach Berlin an. Dort werden wir dafür sorgen, dass jedes Opfer mit Blut beglichen wird. Ne genau, in der vorherigen Folge, da haben wir irgendeinen General von den Deutschen umgebracht und dann wir aus dem Fluss gesprungen. Und jetzt, ja, starten wir in die neue Folge. Ihr Land, ihr Blut, 18. April 1945, See, Loh, See, Loh, See, Loh war Höhen. Was jetzt alle hier helfen, wenn wir. Ist scheißegal, die Deutschen, die haben ja auch überhaupt keinen Mitleid mit uns gehabt und wollten uns bei lebendigen Leib hier abfacken. Also von daher. Achso, hier ist ein Motokoll. Dann verbrennen wir die auch mal hier, hä? Oh. Boah, wie sich das anhört. Jetzt ist es ihr Land, ihr Volk, ihr Blut, breit die Türen, scheiß sie wie die Ratte. Ja, 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 kein Problem. Ich bin zwei Bob, nichts dafür. Ist ja ein Auftrag von irgendjemandem gewesen, aber wir sind trotzdem übelst genau wie groß. So, ähm, hier, äh, ich hab nicht mehr genug Munition hierfür. Oh, die haben auch meine Kopf. Ah, ich will eine andere Waffe hier haben. Gibt's hier keine. Gibt's hier zu einer. Ah, schau. Da oben ist ja einer. Und da war einer. Alter, die fackeln hier alles ab. Dein Tisch ist ganz, das ist auch schon zerstört worden. Ich muss mich mal hier weiter vorstoßen. Ja, jetzt ist es, wenn ich die da was. So. Hey. Uh. So. Ja, frisst meine Granaten. Die nehm ich hier schon viel lieber. Bam, 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 jetzt holt mich auch mal hier drauf hier. Nicht mit mir. Shit, das muss ich nachladen. Weißt du was, fucken wir die einfach mal ab hier. Ja, wir fucken euch hier mal ab. So wie ihr es bei uns gemacht habt. So, war's das jetzt hier? Anscheinend noch nicht. Egal, wir laufen jetzt einfach mal so hier weiterfahrt. Und dann kombatieren wir jetzt mit Granaten. Und dann... Ach, die sind irgendwie überall Mordeschock. Wow. Oh, hier ist ja noch bei einer. Egal, die ist noch stärker. Ich könnte euch alle hier abfackeln, ne? Wisst ihr das? So, falls da jemand drin ist, du hast es geblieben. Oh, hier ist es auch noch. Mimitionen davon. Von der geilen Waffe. Wolltest du noch über dein Leben? Oh, da muss ich Ingross holen. Oh, feindlicher Panzer. Okay, dann holen wir den hier weg. Bam. So. Geht nochmal her. Panzer Schreck hier. Ach, ich muss erst mal nachhören. Fit. Oh, der schießt ja hier durch. Leute, dann deckt mich auch mal. Ah. So, jetzt ist der kaputt, oder? Geht doch. Oh, wer schießt denn dann noch? Das ist noch für ein Panzer. So, jetzt ist der kaputt. Ist ja nochmal her. Können wir die da oben auch kaputt machen? Ballern wir einfach mal drauf. Scheißegal. Komm, lass, gehen wir mal weiter. Frisch müssen wir jetzt auch weiterlautschen. Da, reik ich auf dem Feld. Hier sieht denn kaum was. Oh, wir müssen ja jetzt weiterlautschen. Ey, sagt nicht, dass wir ein Panzer. Oh, scheiße. Ich muss den auch zerstören. Oh nein, ich muss ja weiter zurücklatschen. Nehmen wir halt das Ding mit. Und, ähm, ähm. Und, ähm, das ist ja auch noch ein Panzerschreck, oder wie heißt das? Ja, Panzerschreck, genau. Aber, aber wo? Oh, das gab ein Pumms hier. Oh, das ist ja auch noch ein Panzergeschreck. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Und jetzt aber. Bam. Da haben wir noch Staberhut rein. Nur, dass dann niemand mehr hier überlebt. Ich glaube schon mal. Ah, wir sind einfach überlegen hier. Keine Chance. Was geht mit dir denn ab? Ne, das ist ein Panzer drin. Ja, okay, okay, okay. Ja, scheiße, noch einer. Boah, war gerade noch so. Was? Ich hab nur... Ja, was ist denn das? Ich hab nur noch versucht auszuschalten. Zwei Schüsse hat er abbekommen. Zwei Schüsse. Ich müsste was denn bald. Einfach mal hier Panzerfaus, weil ich hier jetzt schon weiß, was kommen wird. Aber, es steht ja auch hier auf. Auf der Karte steht ja schon, dass es ein Panzer ist. Diese Feiglinge verstecken sich, aber ihr werdet sie finden. Ja, was mache ich denn hier, hä? Was ist denn das bitte für ein Panzer, der sich viel aushält? Ihr habt keine Chance, meine Freunde. Keine Chance. Oh, das Gewehr ist cool. Was liegt denn hier drin? Auch ist das aber schön. Okay, danke, danke. Ach, hier ist ein Panzer, ne? Du gehst zu Fuß. Darf ich mit dem jetzt fahren, oder was? Hallo? Ich muss wahrscheinlich doch weiter vorgehen. Obwohl der Panzer da frei rumsteht. Was? Achso, da aufstehen. Okay. Nein, ich bleib hier oben drauf. So, jetzt reiten wir auf einem Panzer. Da bin ich irgendwie nicht so wortgebrannt. Nicht so. Ja. Vielleicht fällt mir irgendwie nichts ein, was ich so labern kann. Oh, wie das ist. Guck. Oh. Habe ich Abstein gedrückt? Nein, habe ich nicht. Letzte Schlacht hier. Oh, lass mal was, was das geht. Oh, scheiße. Ganata ist da. Scheiße, weg hier. Bam. Kaputt. Ey, ich habe den noch getroffen da oben. Wollt ihr mich verarschen? Wirklich, das fack. Fack rein. Hier ist ein Ganata. So, ich habe doch jetzt alle Türme zerstellt, oder? Was ist das da? Ich darf nicht verbrennen. Wow, ich gehe ab. Wow. Eine Granate. Ey. Du kannst auch eine Granate werfen. Wie soll das denn funktionieren, ne? Du hast doch schon halb tot. Oh, da. Okay. Kaputt, bitte. Yes. So geht das. Oh, da ist auch noch einer. Batsch. Das ist auch K.O. Boah, das sind die Metzlowshit. Ich müsste schon auf dem. Ich muss schon mal schicken. Geben unsere überhaupt ein bisschen Deckel? Oh, die kaputt. Ich gehe doch. Dann stürmen wir halt mal weiter vor. Ist hier noch einer, oder was? Da war einer. Ja, nein, nein, nein. Nichts, ihr Feiglinge. Ihr zieht euch nicht zurück. Er tragt es wie Männer. Du überlebst nicht, mein Freund. Du auch nicht. Oh, shit. Das ist ein Panzer. Oh, shit. Das ist ein Panzer. Das ist ein Panzer. Das ist ein Panzer. Ich muss selbst die Panzer flüchten. Und das sind für welche. Ach, das sind unsere. Deswegen. Keine Chance, ja? Haben wir euch alle zerstört. Der ist schon beim Jubeln. So geht das. So, das war's jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert mich. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao, ciao. Junge Junior TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank.